So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO. Ein kleines Special-Video, was jetzt ganz spontan entsteht, denn ich habe einen Kommentar gesehen vom Kölny wieder mal. Der hat letztens einen Kommentar gemacht mit irgendwas, dem habe ich seinen Wunsch erfüllt, dann war der total gut drauf, hat sich mega gefreut. Hat jetzt vor vier Tagen steht hier ein Video, ach, ein Kommentar verfasst. Mach mal bitte ein Video zu all deinen Level 50 Pokémon. Ihr wisst, wir machen ja regelmäßig Max Out Monday, wo wir dann immer gucken, dass wir eure Vorschläge maxen, also ich eure Vorschläge maxe, ihr lange schon den Überblick verloren habt, was ist denn jetzt auf Level 50, was ist noch nicht, was kann man denn noch vorschlagen, was war noch nicht dran. Und weil Kölny jetzt gesagt hat, er würde gerne ein Video über alle, die ich bisher habe und auch öfters schon die Frage aufkam, wie viele ich insgesamt jetzt auf 50 schon habe, habe ich gedacht, ich mache das mal kurz, haue das heute noch raus. Weil der Stream eben heute auch so kurz war und nicht viel passiert ist, so habt ihr noch was zu gucken und morgen kommt dann ein anderes Zuschauer-Wunsch-Video, was jetzt auch schon Ewigkeiten da rumfliegt. Wir gehen also jetzt mehr auf den Pokédex, nicht, Moment, wir gehen in die Pokémon-Box, gehen auf Tags und sehen hier den zweiten Tag, das ist das blaue Level 50. Es sind genau 254 Pokémon, die diesen Tag haben und wir gehen in der Reihenfolge nach durch, angefangen hier mit einem Bisa-Floor auf Level 50, 3075, der auch die Mega-Entwicklung kann, seht ihr immer im Hintergrund, wenn da diese Silhouette erscheint. Wir haben ein erlöstes Glurak, auch Level 50, 100% 3266. Wir haben ein Tour-Talk, was ich auch immer zur Mega-Entwicklung mache, ist sogar ein 100% Shiny, Mega mit 2700. Wir haben ein Raupi, Best Buddy, den packe ich immer mittwochs rein, wenn ich Level-Ups mache in der Raid-Stunde. Wir haben ein Raupi, der auch Best Buddy ist, ihr seht den Unterschied, der ist nämlich ein 100% auf Level 50 und das ist ein 0% auf Level 50. Und der Unterschied der WP beträgt 325 und 494, da seht ihr mal, was 0% und 100% ausmachen am Beispiel eines Raupis. Hier haben wir ein Smetbo, ein Bibor, was auch eine Mega-Entwicklung kann. Da kommt auch die Silhouette hinten jetzt an. Wir haben einen Shiny Taubsee auf 50 gezogen. Wir haben auch einen Tauboss, was auch als Best Buddy und Mega-Entwicklung dient. Wir haben Raichu auf Level 50, Sandama, die Alola und die Kando-Version. Sogar wir haben Nidoqueen, wir haben Nidoking, wir haben Wulnona, wir haben Paras auf 50, wir haben ein Krypto-Omod, 100% Level 50. Ich maxe ja eigentlich nur 100%ige Pokémon auf 50. Deswegen hört auf immer zu sagen, mach mal einen Shiny auf 50, also 100er auf 50 machen, das ist okay. Rest, da ist immer ein bisschen kompliziert. Aber ihr seht ja, dass, wenn es ein 100er ist, steht es auch dran. Mit Raupi, das 0er, ihr wisst alle Raupi, deswegen, das war eine Ausnahme. Das Nobilikat auch hier auf Level 50, Entoron auf Level 50, Rasav auf Level 50, Quapo auf Level 50, Simsalah auf Level 50. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal. Dann haben wir den Kiesto jetzt kommen, die Machomai-Armee. Kando ist eben meine Lieblingsgeneration, deswegen habe ich da auch mehrere Simsalah hochgezogen. Maromai-Armee, habe ich auch gesagt, muss am Start sein auf Level 50 hier, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dann, obwohl sie nicht 100% sind, Krypto mit 98 und 96% auch gemaxed. Ihr seht ja den Unterschied, 3, 4, 5, 5, 3, 4, 4, 7. Kaum ein Unterschied, trotzdem mega stark, richtig brutal. Habe ich auch zwei Stücke auf Level 50 gezogen. Wir haben hier einen Satzenier auf Level 50, Geowats, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück, auch ein 6er-Team. Alola, Geowats hochgezogen. Ein Shiny Punita, Master Gossi zuliebe, obwohl es kein 100er ist. Lamos mit seiner Mega-Entwicklung hier. Dodri haben wir dabei. Yugong, Slime, Mok, Gengar, auch mega dann. Hypno, Kingler, Lektroball, Normal und auch Hisui, weil es auch ein 100% ist. Kommen das Hisui sogar höher. Kogowai, Alola Kogowai, Nocchan, Smogmog. 100% Shiny, Kabador. 100% Shiny, Garados mit Mega-Entwicklung. 100% Krypto-Garados. Evoli, dann die Evoli-Entwicklungen. Aquana, Blitzer, Flammara, Relaxo. 100% Level 50, 3600. Wir haben ein Krypto-Relaxo auf Level 50, ist aber kein 100er. Wir haben Dragoran hier mit 100% und Best Buddy auch 1, 2, 3, 4, 5, auch 6 Stück. Wir haben ein Mewtwo auf Level 50 mit 100%. Wir haben hier Megani, wir haben auch alle Pflanzen-Starter mal gemaxed. Wir haben alle Feuer-Starter gemaxed. Wir haben alle Pflanzen-Ach, alle Wasser-Starter gemaxed. Also auch hier Impergador dabei, Tornupto dabei. Wir haben jetzt mittlerweile ein 100% Impergador in Krypto auf 50. Hier ist Noctu, Ledian, X-Bat-Lampi, Ach-Lanturn. Stehen immer noch die Namen so dran. Ampharos mit Mega-Entwicklung. Seht ihr wieder die Silhouette. Mogelbaum auf 50. Moorlord auf 50. Dann habt ihr Psyana und Nachtara. Auch 100% Level 50 mit Best Buddy-Schleife. Wir haben Ekkig dabei, das Dummeisel. Wir haben Starlos. Wir haben ein Shiny, Snubbull, was wir als in der Forschung hatten, auf 50. Granbull auf 50. Makago auf 50. Corazon auf 50. Äh, wir haben Octillery auf 50, genau. Wir haben Hundemon auf 50. Wir haben Donphan auf 50. Capoeira, Miltank, Heiterra, Despodar, ein Erlöstes auf 50 mit Gesteinsatagen. Ein Krypto 100%, Despodar auf 50. Wir haben Lugia auf 50, Givaldro, Logok und Sumpex, Papinella, Pudox, Gardevoir, auch hier als Krypto. Ist aber kein 100%iges, ist aber, glaube ich, auch ein 98er. Maske Regen, ähm, Letterking, Krawums, Hariyama, Zobiris, Stolos, Meditalis. Bei Stolos wartet man auch die ganze Zeit, dass endlich die Mega-Entwicklung kommt. Wir haben Voltenso hier. Wir haben, äh, Weilord. Auch ganz frisch, glaube ich, gemacht. Kamau, Kamerupt, also Kamerupt dann. Äh, Libeldra, Mega-Altaria, Formio als Sonne. Wir haben Absol, auch mit Mega-Entwicklung für Nondor. Valreiser 1, 2. Wir haben Shiny, Lucky, Bruder Landa. Wir haben Metagross 1, 2. Krypto-Metagross, aber nicht als 100%. Wir haben Regirock auf 50%, Latios und Latias auf 50%, Rayquaza auf 50%, Verteidigungs-Dioxis auf 50%, dann wieder die Starter hier, Scheldara, Panferno, Empoleon, Staraptor, Bidifas, Rosarade, Rameidon, ähm, Kinoso, Haas, Piroor und Schlappor. Also Schlappor, also Schlappor ist das dann, genau. Wir haben Traun, Magil, wir haben Grammchef, wir haben Schnurgarst, Knackrack. 1, 2, 3, 4, 5, 5, fehlt noch 1. Piondragi als Krypto-Hunderter. Rexblisar auch als Hunderter mit Mega-Entwicklung. Snibbuna auf 50%, Magnezone auf 50%, 1, 2. Wir haben Rihonior auf 50%, 100% auch als Glücks. Noch 1 ohne Glücks. Tangolos 150, Elevoltec 150, hier nochmal Hunderter Glücks, 50, Magbrand 100 auf 50, Togekis 150, Volipurba und Glaciola auch wieder. Mammutel, die Mammutel-Armee plus Krypto. 100%? Da fehlt, hä, wer hat denn da den Tag dran gemacht? Der Tag passt auf jeden Fall nicht. Der Tag muss weg, das ist kein Hunderter. Aber hier, Gladiantri, noch Aura 50, 1, 2, Voluminas hier auf 50, Zwirffinster auf 50, Frostetje, Dialga auf 50, sogar zwei verschiedene, ein Hunderter und 98er, Palkia, Heatran, Riggi Gigas, Giratina mit Flügeln und ohne Flügeln, aber als shiny Hunderter. Tagrei auf 50, Serpi Royal, Flambirex, Admurai, Bisbarg, Grill, Cheetah, Fasanub, Nob, Brocolos, Flitiamo, Stalobor, Caradonis oder hier auch Sanchoti genannt, Zerapendra, Elfun, Barschuft, Flampivian, 1, 2, 3, dann Flampivian Ice, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Deponitox, Chilabel, Zytomega, Geladvino, Kroniobild, Tentantel, Scelabra, 1, 2, Siberio, Frigometri, Flunschlik, dann ein Shiny, das war in der Folge mit Ispo und Hannes in München, dass da jemand was bestimmen konnte, egal was, wie, wo haben wir dann gemaxed hier. Furnifras ist dann wieder 100, dann haben wir das Triggefalo 100%, wir haben Boreos, Tiergeist, Lucky, Shiny 100%, Best Buddy, Badge, Platentiers von Sarina, wir haben Voldolos als Tiergeist vom Patsch, wir haben Regiram, also ihr seht auch viele Glückshunderter, Legendäre und Zeugs, Sekrom auch dabei, auf 100, Demeteros auf 50 in 100, meine ich, wir haben hier Demeteros Kyurem, dann wieder die Starter, wir haben also Brigaron, Quaiutsu, wir haben hier Grebit, da seht ihr, da fehlt noch einer, wir haben hier Grebit, wir haben Dgölni, also wir haben das Viagro, 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 meine ich, wir haben Florgas, Keufwaff, Sabayon, Kalammanero, Elezat, Fedinara, Viskogon, Tromborg, Pump Gin, extra einen fetten, großen, Actillas, Vodka Hondas, also ein Xerneas und hier ein Ibeltal, ein Silvaro, ein Fuegro, ein Primarene, also der Feuerstarter von dazwischen fehlt, glaube ich, von der Generation davor, Tukanon, Mangospector, Choriogl, Aranestro, Mantidea, Kosturso in Shiny, Kommandutan, Mel, Metall, Pandifrost, ist zwar kein 100er, aber auch auf 50 und das waren theoretisch alle Pokémon auf Level 50, das hier bin ich ganz besonders stolz, finde ich auch richtig cool, könnt ihr ja eigentlich unendlich farmen die ganze Zeit, wer sich eine Meltanbox holt und das waren alle 264 oder wie viel, 254 Level 50er Pokémon, ich sehe, es werden in den Videos immer wieder geschrieben, max doch mal ein Mewtwo, wer das Video jetzt guckt, weiß, er braucht Mewtwo nicht mehr vorschlagen oder max doch mal ein Palkia, die werden immer alles, es gibt ja immer einen Titel Pokémon, das wird reingepackt, meistens aus einem aktuellen Event, bestimme ich dann, wie er als Kommandutan kam, habe ich gesagt, ich möchte unbedingt einen Kommandutan dann maxen, habe das in den Titel gepackt und dann fünf Vorschläge von euch, ich finde das Format mit dem Maxer on Monday auf jeden Fall richtig genial, das macht Spaß, es sind noch nicht alle, es geht noch mehr und ich bin gespannt immer wieder auf eure Vorschläge, was ihr sagt, was wir maxen können und sollen, es ist immer cool gewesen auch, wenn ihr eins sagt, was schon gemaxt ist und man dann nachgucken kann und sieht das, dann habt ihr auch immer nach und nach und nach immer wieder den Überblick gekriegt, was ist also wirklich schon da, jetzt haben wir halt mal alles gezeigt, das merkt sich eh keiner und ich hoffe, ihr schreibt es euch auch nicht auf und dass es spannender bleibt, wenn Max out Monday ist und sechs Vorschläge sind, dass nicht die ersten sechs Kommentare direkt passen und dann ist man fertig, sondern dass man wirklich ein bisschen braucht, aber immer mehr Leute vorliest und immer mehr Vorschläge hat, aber immer man mal länger suchen muss, bis man wieder einen hat, ist einfach dann spannender für mich auch, ist, wer da noch alles drankommt. So, ansonsten, wie viele Level 50er Pokémon habt ihr? Schreibt es mal rein und was ist euer coolstes, interessantestes, was ihr so habt? Bei uns natürlich hier das, das Raupi auf Level 50. Ansonsten, schönen Samstag noch, denken wir ans Wrestling heute Abend, peace out for out, euer Ramses.